Halli Hallöche meine Freunde und damit herzlich Willkommen zurück zu Under A New Sun. So wir schlafen und wir haben geschlafen, wunderbar. So, Krabben überall. Ich trau mich gar nicht runter zu gehen. Diese mistigen Viecher. Oh, warum leuchtet meine Uhr so? Okay, ich sollte ja auch mal wieder mich ums leibliche Wohl kümmern, aber jetzt kümmere ich mich hier erst mal um die Wildsau. Wo ist sie denn? Ah, hier. Zack. So, kommt immer noch nicht hoch. Gut. Da kriegen wir jedes Mal ein Aim. Und die ganzen Pfeile will ich wieder haben. So hab ich wieder. Jawoll, wunderbar. So, dann nehmen wir das Messer. Jetzt ist es kaputt. Das war die Haut. Äh, das Leder. Ah, hier. Hey, ich hab doch ein Messer. Achso, ich muss das Messer in die Hand nehmen. Ja, dann. So, ein Steg. Noch ein Steg. Ein bisschen mehr Leder wär mir eigentlich lieber. Aber naja, was willst du machen? So. Eine Kokosnuss. Und die Ritter der Kokosnuss. Da ist ne Kokosnuss. Da ist ne Schlange. Jetzt nicht mehr. Brauch ich noch mehr? Ja, komm, ich nehm noch mehr. Ich nehm noch mehr Fleisch mit. Wir haben ja... Wir haben ja Platz in der Kiste. Boah, shit. Der ging... Der ging vorbei. Halt. Hier geblieben. So. Wir ernähren uns überwiegend von Kokosnüssen. Aber die benötigen einfach am wenigsten Zubereitungszeit. So, da ist noch eine. Pfeil. Ah, muss ich nochmal einen Pfeil machen. Beziehungsweise... Ja, gut. Äh, wie sieht's aus? Ah, eine könnten wir noch vertragen. Hier ist nichts. Ich hab ein bisschen... Ein bisschen Bammel. Ob das hier alles noch so ist, wie es mal war. Oder... Pfeil. Einmal. Zehn Stück. Gut. Oder ob da irgendwas geändert wurde. Irgendwelche... Bösartigen... Dinge. Hier jetzt plötzlich sind. Aber ich glaub nicht. Ich hol mir den Lehm. Wo ist meine Schaufel? Ist das die Schaufel? Ja, das ist die Schaufel. So. Lehm haben wir eingesackt. Kokosnuss. Tämliche Krabben. Krabben. Oder Krebse. Oder wie man's auch nennen mag. Das ist normale Steine, ne? Oh, ich brauch noch... Oh ja, ich brauch die Spitzhacke. Ich muss mir die Spitzhacke machen. Oh, dazu brauch ich ein Seil. Dazu brauchen wir eine Palme. Ne, ne, ne. Ne Banane. Banane. Banane, 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 Banane. Banane, Banane. Okay, und ein Stocki. Und dann machen wir ein Seilchen. Oder auch ein paar mehr. Und dann machen wir eine Spitzhacke. So, und die nehm ich anstatt... Die nehm ich dann, wenn ich sie brauch. So. So, ich nehm mal... Weiterhin den Bogen. Nur für den Fall. Jetzt Bananen. Bekömmlich. Oh, lass sehen. Ja, Wasser. Fehlt noch ein bisschen. Okay. Oh. Hallo. Du fiese Schlange, du. Hoch. Äh, halt. Eh. Hier ist auch noch ein Stock. Ähm. Ja, Kokosnuss sieht hier eher schlecht aus. Irgendwie hab ich... Kannst mir so fahr, als wär das Sichtfeld anders. Komisch. So, nehm mal die Spitzhacke auf die 5. Hä? 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 Hä, wo ist das Eisen? Das war doch hier. Oder war das hier? Hä? Nein, das war doch hier. Das sind aber nur dämliche Steine. 10.000. Wer braucht denn so viel Stein? Weg damit. Oh nein, wo ist mein Eisen? Oh nein. Oh nein. Ist das jetzt woanders? Das Stein, oder? Ja, da geht zwar die Spitzhacke kaputt, aber egal, was soll's. Stein. Oh nein, wo ist mein Eisen? Oh nein, wo ist mein Eisen? Kommt hier nicht mehr. Das ist alles Stein hier. Ich brauche Eisen, kein Stein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Heißt das ich muss jetzt tatsächlich? Immer hier woanders hin? Ich kam doch da hoch. Ja. Oh nein. Oh nein. Oh. Das ist echt kacke. Och guck mal, wer schon da ist. Okay, das Ding ist jetzt schneller. Oder schneller da zumindest. Oh nein, wo ist mein Eisen? Leute, ich brauche Eisen. Und ich muss oben rum. Jetzt auch Stein. Äh. Äh. Bin ich denn da hochgekommen? Hier? Äh. Komm schon. Na. Na hier. Achso, da war ich doch schon oben. Hä, aber da komme ich nicht hoch. Ah, bin ich denn da hochgekommen? Sag mal. So, ein Kack. Ah, okay. Boah, ich springe hier. Auf meinen Stuhl springe ich hier mit. So, wo bist du? Ich nehme einen Speer. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oder habe ich es mit der Axt kaputt gemacht? Ich glaube, ich habe es mit der Axt, oder? Oder mit dem Speer. Das ist mein Speer. Da. Ich glaube, ich habe es mit dem Speer geärgert. Das Drohnen-Ding. Wo bist du? Wo fliegst du rum? Da ist es doch. So. Runter geholt. Ähm. Mais kaputt. Die Kabel kann ich, glaube ich, gebrauchen. DR03. Drohne 03. So. Ah, Stärke gibt es auch dazu. Sehr gut. So. Schaufel. Hab ich. Jetzt. Wo war der Lehm? Da drüben. Das hier ist auch Stein. Ja. Man sollte von der Drohne sollte man auch Metall kriegen. Eisen. Oder schon fertiges Metall. Jetzt sind wir eine Schaufel gerütt. Aber hier ist auch fertig. So. 12 und 6. Ah, okay. Ich habe gar nicht mehr so viel Platz im Inventar. Aber das nervt mich schon hart, dass wir hier jetzt kein, kein Eisen haben. und dann kann ich da mal rein gehen. Nur dämliche Krabben. Oh, aber. Kokosnüsse. Wertvolle, leckere Kokosnüsse. Okay. Ah, kein Space im Inventory Äh, die Bananenblätter Die brauche ich gerade Oder kann ich da noch Seil draus machen? Ja, kann ich noch Sehr gut So, Mampf Mir sieht es aus Oh, wir sind ganz schön verletzt Von unserem tollen Flug Von dem Auf den Boden fallen Ah, shit Halt, halt Segel Oh, Kokosnuss Verknusen Sehr gut Ich habe wieder Stöcke, also kann ich mir noch mal einen Fall machen Zack, da ist er wieder da Dann können wir den Speer jetzt hier hin tun Weil wir ja keine Schaufel mehr haben Aber eigentlich jetzt genug Lehm Aber kein Eisen Verdammt, ich brauche Eisen Deswegen bin ich hier Überwiegend Irgendwann noch mal eine Kokosnuss dran Da ist noch eine Gegen den kleinen Hunger Warum gibt es hier kein Kein Aiming-Skill Wenn man die Kokosnuss Perfekt trifft Perfekt abschießt So, jetzt sind wir wieder Gut situiert Dann kriegen wir auch wieder ein bisschen Gesundheit dazu Gehen wir mal da rüber Vielleicht gibt es ja hier jetzt Eisen Warum ist das Eisen weg? Das ist doch mal voll für den Arsch Und hier ist halt einfach nichts Und unser gutes Eisen ist weg Oder ist das irgendwo hier Und ich sehe es nicht Wie ist das? Ja, aber das war doch so ein Klumpen Der war doch hier irgendwo Ist das so ein Einmaleisen-Klumpen Der dann verschwindet Und nie wiederkommt Das gibt Atem So, hier haben wir eine Kiste Und eine Ration So, ich schwimme noch ein bisschen Ja, toll Wo soll ich denn jetzt Eisen herkriegen? Ich will doch hier nicht Ewig lang Noch zu anderen Inseln Gurken Ist das Eisen? Nee, ist auch Stein Oh Mann So ein Kack Gibt es hier kein Eisen mehr Glaubst du nicht? Na ja dann Haut mal ab Die blöden Krabben Dann fülle ich halt mal meine Truhe Mit dem Lehm Kabel Bord Kartoffelchips Fleisch Leder Oder Rohhaut Stock Kann ich mal noch hier lassen Wie war das mit dem Fleisch? Geht das noch? Fleisch wieder haltbar machen Jawohl, geht noch Sehr gut Offensichtlich schauen die Entwickler nicht meine Videos Sonst gäbe es diesen Fleisch haltbar-Mach-Trick wahrscheinlich schon nicht mehr So, wo ist denn unsere Insel? Da, oder? Ich glaube da Bin mir jetzt aber gar nicht mehr so sicher Aber ich würde noch ein paar Seile machen Wenn wir schon kein Eisen kriegen Schauen wir wenigstens, dass wir immer genug Seile haben Das war ein Stock Mann ist das nervig, dass es jetzt da kein Eisen mehr gibt Ist ja dunkel Ich glaube ich schlafe dann hier auch nochmal Wie sieht's denn aus? Hungertechnisch geht's noch? Ja geht's noch Na ja, was soll's Ja das Spiel will halt schon, dass wir überall hin tingeln Dass wir die Die Dinger hier erkunden Hier kann man hoch Aber das bringt mir auch nicht viel Das Spiel will, dass wir die Inseln erkunden Aber ich will das nicht Ich zieht's nicht in die Ferne Blöde Krabben Ich geh aufs Boot So, Seil, 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 Seil Und da haben wir ganz viel Seil Dann tun wir das ganz viel Seil hier rein Zumindest das meiste Acht Stück kriegen wir glaube ich noch rein So, für unterwegs Crafting Können wir eigentlich auch noch Steine mitnehmen Aber ich schlafe jetzt erstmal Ich speicher Und dann schlafe ich Und dann würde ich sagen Wir haben wieder einen Tag überstanden Das heißt wir sehen uns dann in der nächsten Folge Wenn es wieder heißt Time to play hier Bei Under A New Sun Bis dahin Macht's mir gut Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal